Was geht Leute und herzlich willkommen zu Turo Trio. Das ist das erste Wario Projekt mit 3 Spielern von Turex. 10 Sekunden geht's los und wir looten die Mitte. Ja, klar klar. Okay, let's go then. Oh Gott, dieser Weg ist so scheiße. Wir fallen nicht runter. Ich mach rechts. Ich hab ein Schwert. Und ein Zuckro habe ich. Man hat noch Schutzzeit. Ja, also wir können... Ich werde ein Schwert. Okay, lass zurück, lass zurück. Komm, komm, komm. Ich hab ein Schwert und Essen. Ja, wir haben alles. Ich hab auch ein Schwert. Alter, wie viel habt ihr schon verloren von Essen? Ich hab schon eine. Zwei. Ich hab auch zweieinhalb, zweieinhalb. Ja, man kriegt einfach, okay. Ja, Richtung Osten, let's go. Let's go. Ich lag bis zum Lesserwenkel. Ja, es laggt halt wirklich, glaub ich. Lass mal alle zusammenkommen. Willst du da hoch? Jo, es laggt. Ah, warte, komm mit. Ja, ja, ja. Also, bei mir ist alles... Wir müssen halt Essen. Schau mal, wie viel Essen ich will. Ja, ja. Warum verliert man so viel? Schau mal, ich hab fünf Essen insgesamt jetzt. Ja, lass mal hier denkeln. Jo, in dir. Das Skelett. Ja, ich hab fast schon gleich viel Essen. Also, klagen können wir uns nicht. Warte, habt ihr noch Essen? Ich hab noch ein bisschen. Ich hab sogar drei Zuckerrohr bekommen. Junge, da hinten brennt der Walz. Schau mal. Ja, ich hab auch drei Zuckerrohr. Schau mal, der hinten brennt der Wand. Ey, Cidio, sag mir, wenn du Essen brauchst, weil ich hab noch zwei gebranntes. Ey, ich hab auch schon Essen dabei. Das geht so schnell leer. Ja, ja. Ich weiß, ich weiß. Aber wir gehen nicht so weit weg, Junge. Wollen wir nicht hier? Ich halte noch die Picks. Komm, komm. Aber jetzt sind wir nicht mehr so. Wollen wir Holz? Wir wollen Holz, wir wollen Holz. Schnell. Wollen wir vielleicht ein bisschen weiter weg oder hier direkt? Hast du überhaupt eine Waffe, Dude? Ich hab ein Holzschwert. Okay, du auch, CJ, ja? Wir werden beide raffen, ja. Ich glaub, wir haben alle fast das Gleiche bekommen. Ja, ja, sollten. Okay, dann lass weiter. Jo. Ich würd nicht so... Ich würd nicht so... Ja, ich hab drei Stück. Aber... Wir gehen noch nicht in die Hölle, Lisboa. Lass weiter. Ja. Nach 20 Sekunden jetzt können wir gleich sterben. Ne, ich würd echt noch bissl rennen. Steinfeierter wär auch nicht schlecht. Wir können so in der Nähe von diesem Lavasee dann... Ja. Weil da trauen sie halt nicht viel hin. Und da... Vielleicht sind wir da bissl safer. Aber Cemba, wo bist du? Darf man Hitboxen anmachen? Äh, kein Plan. Hab noch. Äh, ich bin durch den Berg gegangen. Oder geht ihr zum Lavasee? Komm ich auch mit. Ne, wir sind hier beim Meer. Hey, wo bist du? Ah, okay. Ich seh euch. Hat sich jetzt Zucker auch. Komm mit. Okay, Meer. Ist er links oder rechts lang? Okay. Ich verliere jetzt mit gar kein Essen. Ja, jetzt verliere ich auch kaum. Okay. Ich hab 21 Zuckerer. Ähm, 164 minus 303. Minus 300. Okay. Er war Holzabstner. Ja. Ich glaub niemand ist in unsere Richtung gegangen. Ich glaub niemand ist in unsere Richtung gegangen. Ja, du hattest mir mal... Mal schauen. Hier ist so... Hier ist so viel Zucker. Die Map ist jetzt auch nicht heftig groß. Weil hier ist... Oder ich weiß nicht, weil hier ist ein Meer. Oh, einer ist gestorben. Kann beides sein. Oh, wer? Wer ist das? Wo? Prepper von... So ein gutes Ding. Äh, von... Warte... CJ? Ja, wo bist du? Er ist eigentlich hier. Ja, hier. Kommt. Pass hier weiter am Rand. Hier ist Tropenholz. Was? Naja... Wenn wir Wassermelonen hier finden... Oh, das stimmt. Das stimmt. Vielleicht gibt's hier Secrets. Ja Junge, hier ist ein Dschungel, oder? Nee. Das ist einfach... Oh, hier ist einer. Äh, lass weg. Wir haben... Wir haben Holzschwatter, Dude. Die haben Steinschatter. Ja, lass weg, Dude. Der Sec. Es waren nur zwei, Dude. Wir hatten die bekommen. Ja. Naja... War risky, aber trotzdem. Puste... Puste nicht so hart rum. Für eine... Das war for real, Dude. Ja, wäre aber easy gewesen. Es waren sogar zwei. Warte, ich mache Webmash und Stuff. Wir brauchen Holz. Sollten wir Insinn eigentlich machen. Ich glaube, ich bin so dumm. Ich glaube, man trotzdem snickt. Warum ist hier mehr, Alter? Sollten wir einfach G-Time? Naja, okay. Lass. Warte, ich mache für jeden gleich Steinschatt. Denk du das schon mal haben? Warte, hier. Ich habe schon Steinschatt, Bro. Ah, okay. Dann zieht wir hier. Ah, okay. Okay. Was machen wir jetzt? Warte, oder? Warte, oder? Ja, wir können noch etwas Essen farm. Oder Zucker oder sowas. Ich habe 20 Essen, Bro. Ich habe 20 Essen, Bro. 20 Essen? Ja, rein. Warte. Warte, Alter. Ja, lass mal hier. Komm, lass doch halt so. Wir können auch da hinten, wo das Labert, äh, Dinge machen. Wie gesagt. Okay. Aber hier gehen wir halt näher am Spawn, deswegen. Ja, warum ist hier mehr, Alter? Warum haben die so eine Map gemacht? Also, wir gehen doch jetzt zu den Leuten, die wir gerade gesehen haben. Ja. Ich dachte, ich habe doch Reuslichkeit mit dem, Robby. Ja. Ja. Ha, wir können natürlich tryen, aber das ist halt immer risky, dass jemand verreckt. Weil wir haben keine Rissen. Kommt, kommt einfach. Bleibt da mal zusammen. Ja. Können wir uns schlagen? Nee. Warum ist hier Clay? Oh, hier ist, äh, Eisen. Hier ist eine Röhle. Hier hat jemand, äh, der Stein? Ja, ich. Nice. Gib was ab, was? Oh, und vielleicht noch, da ist vielleicht noch was. Wir können vielleicht jetzt schon irgendwie, äh, Eisen machen. Ah, das ist Clay, lol. Das war er. Ich weiß nicht, sollen wir uns irgendwo hier schon runter bauen? Ja, wirklich schon mal, wir können da die Höhle rein. Vielleicht. Slack, Slack, Slack. Ja. Okay. Ich hab einfach Schaden bekommen. Das ist lag da halt. Ich hab einfach Schaden bekommen. 900 Sekunden. Ja, das ist eine Höhle. Ja, das ist eine Höhle. Ja, hier ist noch ein Kabel. Ja, hier ist noch ein Kabel. Ja, hier ist noch ein Kabel. Warum haben wir nicht so eine Anzeige einfach? Das ist einfach, wenn man so rechts steht. Naja, zwar bei Tore 5. Naja, das ist jetzt nicht da. Keine Ahnung. Ja, man muss jetzt schreiben, tt. Also slash tt. Da ist noch Essen hier hinten. Oh, lass zusammen gehen. Jo. Ja, lass mal Öfen so machen. Und noch Kabel hier ab. Hier, ich geb euch mein Stuff. Du brauchst mal so zwei Öfen und... Ja, das können wir noch machen. Zwei Öfen. Ich hab einen schon mal. Warte. Hier ist noch ein Kabel. Zwei. Alter, das ist auch eine Katze. Geben diese Stuff. Aber Cola hat keiner, ne? Doch, ich hab einen reingucken. Ja, tu mal da rein. Ist gut. Ich geb euch. Ich geb euch. Ich geb euch. Hinten ist Enderman. Woll. Nicht einschauen. Wolle das auf eine Nahe. Ist ja halt von... Warte. Ich werde das einfach hier farmen. Ja, wir können eigentlich hier runter, ja. Das Ding ist... Wir verlieren so wenig Essen. Wir haben schon so viel, actually. Ja, wir haben halt echt viel. Wir müssen halt nicht sprinten. Oder so sprint... springen. Ja, ja. Ich würd dann mal gehen, aber trotzdem nicht. Warte, ich bin hier beim Wasser. Komm, kann mich einer begleiten, damit wir denken. Falls jemand kommt. Wenn wir fighten können. Ja. Komm. Ja, dann lass es am besten dann. Weil sonst sind wir alle allein. Ist nicht gut. Ja, wir gehen aber dann da rein. Reda. Ja, ich hab da noch Hilfen. Ja, aber komm, halt. Warum ist die Map so klein, Alter? Ja. Naja, ist jetzt scheißegal. Hier sind Hühner. Ich hab zwölf Zuckerer, oder? Oh, Zuckerer, hier? Was ist der Name? Oh, was? Oh, der Name war der. Junge. Ja, weiß nicht. Ja, weiß nicht. Da oben ist einer, ich sehe. Hinten uns, hinter uns, hinter uns. Ab 1, Ab 2. Hinten uns, hinter uns, hinter uns, hinter uns. Let's go! Let's go, let's go. Zornale, zornale. Let's go, let's go. Zurück. Zurück in die Höhle. Ich wär fast gestorben. Junge, wie hat, Alter? Junge, du standest einfach noch da, irgendwie. Zu dir. Kiosos. Was, was das? Du, hier haben Sie gingen. W сделал. då. Ich habe keine Wahl. Ok. Wir öffnen. Okay. Dman für die Welt. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Sind alles die, die geklatscht haben? Ja, genau. Warte, können wir Sion sagen, wen wir geklatscht haben? Um uns sicher zu sein? Äh... Pat war das. Dann... Lunex, oder? Weiß gar nicht. Lunex, Joel und Pat. Hier ist ne Höhlen dann, ja? Jo. Ich glaub, die Höhlen können so richtig crazy sein, deswegen müssen wir mal wissen. Aber es liegt auch immer, ja? Ja. Wir werden vielleicht hier wieder herkommen, ne? Wir können uns zu Eisenstoff machen. Warte, wo ist die Höhlen? Kraft mal rum. Ich kleb grad so hart an meinem Bildschirm. Passt schon. Ja, wir machen hier aber ne Treppe runter. Und dann, wenn wir... Hier ist Kohle schön, let's go. Oh, Slack geht's. Slack. Aber ich hab die Höhle gefunden. Kommt. Warte, hier ist Kohle, Mann. Ah ja. Hier sind viele Zombies, oh mein... Hier sind viele Mops, ich sag's nur. Mal fack ihn damit, CJ auch was sieht. Ja, risk gar nix. Oh mein Gott! Enderman, willst du mich ficken? Pass auf, pass auf. Pass auf, geh weg, hab ich. CJ, play selber. Dann kannst du selbst bestimmen. Gib mir Essen, gib mir Essen. Und hier? Ding, ich will gern... Ah ne, hab ich schon. Ist gut. Pass auf, da war ein Enderman. Hast du ihn gekillt? CJ, wie viel Eisen hast du da? Pass auf, Creeper, Creeper, Creeper. Mach keinen Scheiß, Mann. Ich sag's dir, die Mops sind gefährlicher als die Schreeler. Lass mal zusammen, dude. Oder da ist Enderman, da ist Enderman. Geh weg, Alter, pass auf. Äh, warte mal. Wir können den... Es sind nur zwei Stück, Alter. Wir können den Taktisch schlägen. Okay, kommt hier runter. Ach du Scheiße. Warte mal. Enderpeller sind huge, nice. Perfekt, Alter. Wieder zubauen. Noch einer, what the fuck, Mann. Ja, was sind hier so viele? Macht mal fackeln. Noch einer, what the fuck. Okay, schlag den, schlag den. War da nix, aber... Zwei, what the fuck? Hä? Hä? Okay, ist so gut eigentlich. Ja, das ist mega stark. Okay, nur eine. Willst du jetzt bekommen? Die können halt trotzdem one shoten. Also immer aufpassen. Ja, die haben ja fünf Herz gemacht. Oh mein Gott. Ne, dreieinhalb, Manni. Okay, nice. Zweite Enderman. Okay, da ist Eisen. Mach mal fucking, Robby. Du hast hier Kohle. Ne, ich hab alle CJ gegeben. Okay, okay. Immer für die nächste. Von mich wird direkt aufmachen. So vielleicht Eisen-Street schon. Eisen-Street, weil die werden vielleicht uns hunten jetzt. Die sind safe and mad. Sagst du, die sind mad. Ja. Ich hab auch, wenn die uns hat, easy clap einfach. Ja. Aber das war stark, ey, also der Turn. Naja. Also die sind von hinten gekommen, aber... Ich hab fünf, ich hab fünf Stein-Street. What the fuck. Junge, warum ist die Hölle so scheiße? Na egal. Warum ist die überhaupt Kabel, Alter, egal. Ja, das ist halt, das ist halt gut gemacht, halt. Aber Leute, ich muss G-Time. Ja, warte, warte, wir gehen gleich alle runter, chill. Nee, aber ohne Scheiß, Leute. Eisen-Street und dann können wir weitermachen. Ne, Leute, einfach chill. Direkt einfach chill. Schaut mal... Ja. Junge, lass mich Diaschwert finden. Mach mal. Lass mich irgendwo farm, Junge. Hier runter, okay, okay. Holt mal Ofen und so'n Scheiß. Ich hab einen da platziert. Kannst du holen, Pedro? Ja, ich such den, weil ich weiß nicht. Im Gang? Ja, genau. Da ist noch noch Eisen drin. Ja, Junge, wenn hier keiner das Eisen hier brät, brät's nicht von allein. Ja, dann tun wir halt runter, komm. Dann gehen wir alle zusammen erst mal und dann... Ja. Ja, ich stimmt, aber auch der Eisen-Spitzhack dafür, du denkst, Diasch. Nein. Ja. Eben. Warte, Höhe... 30 sind wir hier eben noch. Matthias Kohler, ich nehm's mit. Können dir. Ich hab acht Stück. Du könnt eigentlich auch zur Seite graben. Naja, wir können ja alles finden hier. Vor allem die... Äh, Rats sind... God bless CJ, es ist dann nicht verregnend. Verheilt, Ronald. Ich hätte geheilt. Geist ja hier respawn so. Ich bin... Ich bin Pro-Gamer. Ich sterb nicht. Ja, God bless. Ich hab reinkauf so viel gespielt, ne. So locker... 20 Minuten schon. Ungefähr links, ich hab durch den Bug gesehen, äh... Ist ne Hülle. Okay. Schau, die wollen Zweiten. Lol. Hä, wieder? Hä? Ja. Als ob die erste Folge schon... Ja, Leute. Junge, chillt doch, Alter. Ist halt... Ist kein Survival-Games, Mann. Wunder Witz. Was wollt ihr, Alter? Wollt ihr eure Freunde... Wollt ihr eure Freunde wieder rechnen, oder so? Keine Ahnung. Wir wollen einfach sterben. Sind ja auch mit sein YouTube oder so. Irgendwie immer, wenn wir jemanden killen, die haben dann so'n Hass auf uns. Ist so, Alter. Wahrscheinlich, weil wir so neu sind. Jetzt können wir alle zur Seite. Ey, ich geh dann hier lang. Ja, Junge, einer macht geradeaus. Dann machen wir... Ja, okay. ...einer die andere Seite und so. Das ist mein Ding. Immer steigen, Leute. Immer. Ja, das dauert halt länger und noch so. Einfach mal. Lapis? Links. Ah, nimm etwas mit. Oh, Dias! Let's go! Als ob! Zeig. Alter, ich hab jetzt schon mal Dias gesehen. Ich hab schon mal Dias gesehen. Leute, wer hat Eisen? Ich hab drei Eisen. Warte, ich brate das jetzt. Ja, erstmal Dias, Wett. Spaß. Ja, erst noch. Nee, aber ähm... Eisen, äh... Warte, habt ihr Leder? Haben wir noch nix? Nee. Okay, dann müssen wir das noch... Nee, Leder haben wir nicht, aber ich hab 50 ca. Nee, 60 sogar. 24. Nee, 50. Okay. Nice. Ich hab Slapis hier. Das kannst du auch mit Steinspielzeug, by the way. Okay. Aber wo hast du Dias gefunden? Hier? Ja, am Eingang... Also... Vom Eingang dann links. Aber Start? Oh, lag, oder? Ja, der Start läuft. Ja, es lag. Okay, aber Unit. Das war sick. Oh, Sparagd! Oh. Was? Zweierquelle? Als ob sie... Hey, wer berät hier... Äh... Stone. 200 Q. Okay. Läuft mit CJ. Okay, ich mach Iron Pick. Äh... Ja, mach mal auch eine für mich, falls ihr da genug Eis... Oh, Dias! Äh... Perfect, perfect, perfect. Nein, war einfach G-Time. Bei mir waren... Slash CT ist doch Time, oder? Ja, genau. Wir haben drei Stück, Leute. Wir haben noch 288 Sekunden, also nicht mehr so... Oh, vier Stück! Okay. Zum Glück hab ich noch... Wie viel Eisen habt ihr noch? Ich hab noch eins. Ich hab gar kein Eisen. Oh, nix. Ja, wir müssen Eisen finden, sonst kann ich nichts machen. Ja, Eisen ist ja selten als Dias. CJ, wo bist du denn? Ah, hier. Ja, hier, hier. Ja, da. Ja, schön. Ja, wir haben... Nein, nein, nein. Noch nicht, noch nicht. Doch, doch, können wir machen. Aber... Wir müssen das Obsidian auch noch machen, ne? Tschüss, ey. Ja... Doch. Aber wir brauchen halt vorher erstmal Leder, ne? Pff... Ich muss ihn jetzt Steinspitzacken machen. Eck ist, äh, nicht erlaubt, also schmeiß die weg. Ja, stimmt schon. Okay, ich weiß nichts. Also Eck schmeißen ist schon, glaub ich, äh... Strike. Naja. Was schmeißen? Äh, Ei. Ja, oder Schnee. Das fehlt halt irgendwie als Angel. Also wenn du das benutzt. Ja, das verboten. So. Klar, das kann man nicht mit Steinspitzacken brauchen, gell? Doch, doch, kannst. Okay, okay. Ich hab doch Upcored. Oh. Oh. Ja, ganz schön. Wir sind nach Eisen sucht, ne? So ein Schatz. Ich baue so langsam ab. Ja, das scheiß Kabel fackt, alter. Hat's Mark? Da kann ich nicht, gell? Hier ist das Mark. Jetzt wieder zwei Stück. Oh. Nee, nee. Es merkt nur mit, ähm... Eisen. Eisen, Eisen, Eisen. Aber ich glaub das ist eh... Also das finden wir an jeder Ecke, weil die spawnen halt nur unter Bergen. Hier ist Havalava. Let's go. No. Bitte meine Dias. First Dias, please. Du musst einfach Dias finden. In dein Leben. Ja, bitte. Einmal mein Life. Gib mir bitte eine Spreche. Ich denk dir, es ist ja doch schlauer, erst mal Dias Spreche zu machen für einen. Ja, gib sie mir dann. Ja, okay dann. Dias, Dias gib's mir. Hey, CJ, let's go. Gibt's mir. Gibt's nicht. Er ist einfach der Diamond Pro. Okay, okay. Ja, passt schon, passt schon. Ich werde eh keine Dias, keine Sache. Hast du echt? CJ? Was? Oder hast du geprankt? Hey? Waren das keine Dias? Smaragd? Junge, es ist so dunkel, ich seh nix. Frankster. Neul. Hier sind so viele Smaragde. What the fuck? Was bringen die? Kann man Smaragd, Schwert oder so scheiß, Mann? Glaub nicht. Es ist bei mir so dunkel, Junge. Ich kann wahrscheinlich mal Redstone vor Dingen unterscheiden, Diamant. Warte, hab ich dir nicht Fackeln gegeben? Ja doch, aber jetzt ist schon weg. Okay. Okay. Das ist etwas langes. Ich hab keinen Spritzer. Warte, ich hab... Oder Stein. Vielleicht kann ich noch gehen. Das... Oh. Wie selten ist doch denn Eisen? Haben die Eisen irgendwie kleiner geschnitten? Keine Ahnung, das weiß ich nicht. Ich hab ja nicht mal die Regeln angeschaut. Da stand ja Erze, wie die das machen. Ja, Erze zählt auch Eisen eigentlich. Eigentlich schon, ne? Das ist gar nicht alles. Smaragde sind aber irgendwie doppelt so hoch. Komm auf. Ja, Dias, Dias. Diesmal echt? Ja, ja. Ja, dann komm ich. Ja, ihr seht ja, wegen Lava. Ah, okay. Juni, als ob die so nah da waren, Alter. Wo waren die? Da, 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 da. GG. Einfach anders. Juni, ich muss einmal Dias finden, okay? Bitte. Sechs Stück. Okay, okay. Ich werde D und wir tun dann so als... Okay. Nein, Alter. Das ist so ein Betrug, Alter. Oh, fuck! Dias, let's go! Oh, let's go, man. Oh, für Juni, let's go, Alter. Hoffnung ist nicht tot. Sweet. Let's go, botte jemand ab. Ja, ciao. Ja. Ich muss sagen, ich will meine Schmieders in den Zocken. Du, die erste Folge, was denn? Dann hab ich aber 20 Dias. Ah, Juni. Eisen ist halt irgendwie viel Zeit noch. Sag dir zweite Folge. Geht Höhe 11, ja. Ah, hier ist Eisen. Perfekt, perfekt. Bitte nicht nur eins. Pietro, geh Höhe 11. Ja, bis hier. Höhe 11 ist die heilige Dias-Zahl. What? Auf 30 Zeit. Auf 30 Zeit, oh mein Gott. 30. Was ist 30 Zeit, Juni? Ja, keine Ahnung. Obwohl, hier ist auch schlau, mit Kobbel einzubauen, ne? Weil hier ist eh alles mit Kobbel. Ist das Clean Stone? Wäre, glaub ich, sogar obvious. Ne, ne, Clean Stone ist wahrscheinlich noch... Ne, ne, ich glaub, Clean Stone ist noch richtig. Ne, ne, ich glaub, Clean Stone ist noch richtig. Ah, okay, okay, das ist eine Sekunde. Halt, wir machen einfach mit Eisenblut. Krass. Ja, okay. Ja. Ja. Das ist leicht, dass ich fucking hab. Egal, es ist ihr jetzt kick. Ne, ne, wir hatten es geküttet. Warte, ich hab 19. Oh, leck einfach mal. Juni, was zur Hölle. Das war's mit der ersten Folge. Oh, Servus. Easy Kills. Ja, ich würde sagen, tschau. 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 Tschau.